Hallo und herzlich willkommen, wir haben nicht ausgemacht, wer anfängt, aber ich fang einfach mal an. Ich bin auch Rumpi. Hallo und herzlich willkommen, ich bin jetzt übrigens der The Pink Wizard, so nenn ich mich jetzt, so wie mein Auto aussieht. Ihr werdet es gleich online sehen, ihr zwei. The Pink Wizard. Ich hab zweimal probiert, jede Folge so etwas zu ändern am Auto, ist eigentlich ganz cool. Ja, genau. Wir sind wieder bei Rocket League unterwegs. Mit mir sind natürlich wie immer meine zwei Kollegen, Benny und Sarraza. Und ich würde sagen, ich suche einfach direkt ein Match, oder? Wollen wir loslegen, oder? Ja, komm, leg los, geh ab, hier, rapzap. Neh mal das hier, das Dunkle. Und die Dekoration. So, ich find, mein Wizard, der ist sehr schön geworden. Wir können eigentlich nur gewinnen damit. Ich hab den Babyblaus, Babyblaus-Auto. Drei, zwei, eins. Aber gleich kannst du uns sehen, auf dem Spielfeld, Benjamin. Genau, wir stellen uns erstmal in unser eigenes Tor und gucken uns unsere Sachen an. Hasten Thorne und Alex Gate, Beitritt Launch, und River of Red sind auch dabei. Oh, oh, es laggt wieder. Ich hatte gerade ein Lag-Symbol. Ja. Aber es kommt bei mir öfters vor. Ich bleib hinten, ihr fahrt drauf. Okay. Wird gemacht. Nein, Benni, warum fährst du nicht drauf? Das war zu spontan. Das war zu spontan. Watt? Ich hab tatsächlich mit drei Sekunden vor dem Fahrt. Ich hör das viel später. Ich hab dann wieder dieses Problem gerade. Achso, der Benni hat wieder sein Problem. Aber wir slaggen. Oh, der ist drin, komm. Ja, wir sind wieder mal zu dem Slag. Ja, lagst du es bei dir auch. Ah, was ist hier los? Ey, alter. Kann man vergessen. Oh Gott. Das ist so alber, ey. Sollen wir rausgehen? Und wir gleich noch mal starten? Bam. Oh, der Benni hat sogar was hingekriegt, aber ich krieg nichts. Ja, bringt nix, oder? Ey, das ist mal ein Ultraspaß einfach nur. Ne, es stabilisiert. Obwohl, jetzt gerade geht's bei mir. Läuft? Ja, jetzt geht's. Jetzt läuft. Tatsächlich. Ja, ne, 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 ne. Es kommt immer wieder, es kommt immer wieder. Alter, man kommt nicht gerade aus. Hahaha. Hahaha. Boah, wo man auch... Oh mein Gott. Ja. Hahaha. Irgendwie ist das auch geil. Oh mein Gott, ey. Oh nein, oh nein. Oh nein. Hahaha. Komm, das hat doch keinen Zweck hier. Hör mal. Nee, komm, brech ab. Ja, brech ab, brech ab, brech ab, das Game, ey. Ähm, Match verlassen. So, dann versuchen wir jetzt einfach nochmal lieber. Ähm, Online spielen, Match. Oh Mann, ey, was ist denn hier los? Achso, einer von euch ist noch drin in dem Match. Der Benjamin natürlich. Da müssen alle rausgehen. Der Benjamin. Ach so. Ach, Benni, du alte Torfnase. Echt, ey. Hast du wieder in Zeitung gelesen? Ich will der Pink Willard werden. Was liest du da eigentlich immer? Die Coupé oder die Praline? Hahaha. Ich hab eigentlich alles da. Es ist geil, wie wir die alle kennen halt, ne? Ja klar, aber wer kauft denn heute noch so Zeitung? Für 13-Jährige. Oh, da geht's schon wieder weiter? Oh, da geht das Match direkt los sogar. Alter, Schwier. Oh, das sieht auch gut aus. Matthias ist zum Beispiel hier am Start. Ah, wir haben wieder ein Match ohne Leck. Das ist doch mal was. Ja, der kann... Oh, Alter! Boah, da dachte ich gerade, ich hätte schon leckt. Irgendwie so richtig flüssig läuft es aber nicht, oder? Doch, eigentlich schon. Boah, was hast du denn da für eine Quaddl-Boost? Oh, Quaddl-Boost? Der gegen die Mitte. Oh, mich hat einer weggerammt. Nein. Ach, ich krieg das noch nicht hin, wenn die Kamera nicht... ...daneben ist. Ja, das krieg ich auch nicht auf den Ball hängt. Oh, 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 oh. Oh, nein! Ne, ne, alles gut, alles gut, alles gut. Ja, hab ich. Oh, du hast eine Chance, Sarazza? Ja, Mann! Jawoll! Ja, Mann, was für ein Traum-Tor. Befreiungsschlag und Tor, das ist schön. Freue ich mich mal ausnahmsweise. Ja, gut. Hast du gut gemacht. Danke schön. Boah, es geht runter wie Öl. So was hörst du sonst nicht. Sonst kriege ich noch Held. Ich bleibe hinten in ihr Fahrt. Du spielst so schlecht. Meint er, der wäre gut. Oh, der kommt. Der kommt, der kommt. Der kommt, halt mal bis Wolken. Ah, nee. Oh, nee. Ja, da muss ich. Oh, nice. Raus damit. Oh, ja, den haut da rein, den haut da rein, Jungs. Bleib mal hinten. Ah, ich krieg's nicht hin. Oh, ich bin wegrammt. Nein, Rumpel, nein! Nein, ich hab den zur Sicherheit mal weggegangen. Ich wollte gerade so eine geile Counterattack mal weißt du. Deswegen hab ich das jetzt gerade so ein bisschen. Vorsicht, Vorsicht! Oh mein Gott. Nein! Das war meine Chance. Das war mein Tor. Der war voll gelupft. Ja, auf mich, Alter. Jetzt guck mal, der hat den gegen mich gedownert. Ah, okay. Guck mal, keine Chance ey. Das war ganz schön geil. Ah, 1-1. Alles easy. Also das tut mir jetzt leid, ne. Bitte seid... Ach, dröbe. Kannst du da nichts für. Nein! Ich muss jetzt ein bisschen mehr was reinigen. Ja! Ja, Mann! Ja, juhu! Juhu! Alles wieder gut gemacht, Sarazza. Alles wieder gut gemacht. Nein! Juhu! Achso. Schön in die linke obere Ecke. Ja, war schön. Okay, kann man machen. Ich bleib hinten. Habe ich alles wieder gut gemacht. Puh, das war ja... Also, es stimmt, aber es ist nicht so ganz... Ganz sauber ist es nicht, glaube ich. Nee, der leckt little bit. Aber nicht so krass, wie der da von gerade eben. Okay, den hast du gleich Massive geholt. Warte mal. Rollt er euch, kommt. Gib ein bisschen Vollgas. Obwohl, der jetzt leckt am Meer, glaube ich. Jawoll! Oh, 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 oh. Da war noch einer. Aber schön gemacht auch von der Gegenseite hier. Ein souveränes Spiel. Oh! Oh! Der wäre was geworden. Oh! Ich bin ja nicht beim Tennis, Rumpel. Das war doch Tennis hier, ne? Nein, das kann nicht sein! Ja! Juhu! Ihr habt sogar noch Vorlage bekommen. Sehr schön. Ey, Perfunk, her Kontakt an die Torschützen. Gratulation, Freunde. Gratulation. Dankeschön. Pssst. Oh, man, out. Wir müssen uns auch irgendwie hinkriegen, wie wir High Five machen. Ich gebe Gas, ich will Spaß. Ja, so gegenseitig. Oh, falsche Richtung. Aber der Papier-IP hat mich auch gerammt, hier aus Brasilien. Zumindest hat er eine brasilianische Flagge an. Wer weiß auch noch. Du bist ja voll... Nein! Ich habe dir mal die Vorlage dafür gegeben. Benni, der hast du. Schön. Das war mal wieder eine Tauberei. Oh, der kommt aber noch mal? Nein, aber der fliegt oben rüber. Wow! Ich habe keinen Speed, leider. Nein, ich habe Speed, aber das lohnt sich gerade nicht. Schön. Komm. Ah, da waren sie schneller. Was da loskommt, geht drauf. Ja, ich tutsche die ganze... Ja, wir warten ab, bis der Ball in einer besseren Position ist halt, ne? Okay, ich habe es. Naja, aber jetzt fliegen sie... ist er wieder genau falsch. Komm zurück. Ja, sehr schön. Oh, fuck. Nein, 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 pass. Alles gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Alles gut. Benni, zurück, oder? Oder nicht, zieh durch, komm. Du hast Speed, du hast Power. Wie wir uns beide gegenseitig abgedrängt haben. Nein! Scheiße! Oh, haben die den gerade noch so drauf. Oh, Mann. Du hast doch geleckt gerade. Sorry. Ja, bei mir auch. Auf jeden Fall. Ist jetzt spielbar noch, aber ist schon laggy. Oh! Oh. Naja, alles gut, alles gut, alles gut. Abgedrängt. Nein! Saraza! Da, ich habe ihn gekriegt. Sag es bitte nicht, Saraza. Ja. Sag es bitte nicht, Saraza. Nice! Ja, ja, ja. Ja! Nein! Nein, Boston! Oh mein Gott, das kann doch nie wahr sein. Alter, bin ich hier wieder krumm in meinem Sessel drin, Edis? Oh, shit. In die falsche Richtung. Oh mein Gott. Sehr schön, sehr schön, Benni. Sehr schön. Ja, den kriegst du. Ich bin hinter dir. Fahr weiter. Kommt. Noch eine Minute, liebe Freunde. Dann ist dieses Match vorbei. Ah. Ja, den hast du. Schön. Ja, easy. Zieh wieder nach vorne. Ich hab richtig speed. Ja. Papier LP vernichtet. Komm, Rumpel. Hau ihn rein. Komm schon. Hau ihn rein. Komm schon. Ja, der kommt. Der kommt. Ja! Ich bin einfach vor dem ins Tor gefahren. Guck mal hier. Und dann ziehst du durch. Zack. Geil. Geil. Traumtor. Hier so. Guck mal, da hinten so ein bisschen auf den Leckrad gesehen, so leicht. 4-1. Souveränst. Ich bleib hinten. Okay. Nee, ich bleib hinten. Ich bleib hinten. Okay. Zu spät. Ja, Mann. Oh, der ist in den Mittelfeld passen. Komm, Feinz. Der ist drin. Ja! Ultra geil. Ich hab nochmal zur Sicherheit nochmal volle Kanne drauf. Die hättest du reingekriegt. Ja, den hätt ich reingekriegt. Aber ist egal. Hauptsache das Ding ist drin. Da war ich schon voll im Speed drin. Sehr gut. Sicher ist sicher. Man weiß es nicht. Eben. Okay. Ich speede drauf. Das hat eben gut geklappt. Jawohl. Also den Anfangs-Speeder verstehe ich langsam von den Seiten. Von vorne noch nicht ganz. Von der Seite kann ich es auch am besten. Komm, der legt gut vor. Oh. Oh, zurück, zurück. Abgeblockt. Manchmal ist das so, kennt ihr das, wenn ihr dann nur noch guckt und nicht mehr steuert selber. Ja, total. Boah. Nicht ständig. Oh, jetzt versuchen sie es nochmal im Counter. Versuchen mich abzudrängen. Oh, abgecheckt. Aber das kriegen wir nicht mehr. 6, 5. Ist egal. Nee, kriegen sie nicht mehr. Ja, damit du nicht mehr so trinkt, wie du trinken musst, ne? Knapp, hat er gesagt. Guter Schuss. Oh mein Gott. Ach, guck mal, die Leute sagen auch. Knapp. Mit 5 zu 1 ist das doch nicht knapp. Hör mal. Du hast schon wieder Entschuldigungen gesagt. Ich finde das so geil. Ich verstehe. Man kann das mit dem Steuerkreuz machen, glaube ich. Drück mal auf... Ach nee. Im Spiel ist das zumindest so. Ah, das kann sein, ja. Da kann man mit dem Steuerkreuz... Vielleicht kommen wir schon real. Bist du real? Was denn? Ja, warte. Nee, warte. So, wieso starten wir an den nicht? Weil Sarazan nicht aufbereit ist. So. Hey, wir haben doch noch gar keinen Namen. Genau, jetzt, wo der Counter bei 1 ist, da geht Sarazan aufbereit. Hey, ich habe mir die Zeit für die Jungs genommen. Ich bleib hinten, ihr fahrt. War doch witzig hier gerade. War doch ein interessantes Gespräch. Ja, definitiv. Oh, schön, schön gemacht. Oh, sehr souverän der Benjamin wieder. Benjamin ist wirklich ein Taktiker. Ja, den können wir eigentlich... Ja, man. Jawoll. Ich bin schon wieder orange. Wieso eigentlich? Sehr schön. Tolle Vorlage, Traumvorlage. Hey, wer vielleicht auch reingegangen von Benny? Oh, mit dem Arsch so reingedeutet. Da wären sie auch gewesen. Glücklicher Treffer eigentlich sogar ein bisschen. Ich stehe gut seitwärts. Aber das passiert nicht häufig, ne? Dass man jetzt online zufällig gegen Sarazan spielt. Ja, aber ist cool. Und dann auch noch eins auf die Schnauze kriegt im Spiel. Nee, das passiert nicht häufig. Das passiert eher sehr selten. Oh! Wie die da alle reinschießen. Hätte ich da Speed gehabt, ey. Nix da. Ja, den hätte ich schön wegholen können. Okay. Tut mir leid. Achtung. Hau den mal raus. Super, Rumpel. Schöner Alleingang da. Na? Na? Toll! Reigentor. Eindeutiges Eigentor. Das war LB the Player für uns. Ein Distanz-Tor habe ich bekommen. Das habe ich noch nie bekommen. Da fliegt er, da fliegt er, da fliegt er. Ja, der war ja von der Mittelfeldlinie, Alter. Ja, ja, schon. Aber das ist ja nicht mein Tor, sondern das war ja Eigentor. Eigentlich war es ein absolutes Eigentor. Das Eigentor haben sie überhaupt gar nicht reingebracht. Das ist ja nicht mein Tor, sondern das ist ja nicht mein Tor. Das ist ja nicht mein Tor, sondern das ist ja nicht mein Tor.